Herzlich Willkommen in Vivala Polska, polnisches Duell. Ja, an Darbyen Kleines quasi. Hier in Krakau. Mit meinem eigenen Spieler. Ja, Porg und Stettin. Letzter Platz derzeit. Ruhe, gelbe Karte. Ja, es ist der vierte gegen eben den zehnten, wie es war. Auf der vier eben und... Die Atapolen auf der zehnten. Ja. Boah, schön. Freude. Oh, könnte man auf Tommerfall entscheiden, aber... Das ist der letzte Bonus. Wenn man Hauptsponsor ist. Ich habe übrigens einen Fiesophil gesehen. Da ist der Torwart. Hat einen Ball in der Hand gehabt. Und ist... Von einem Spieler hineingedrängt worden ins Tor. Und hat faul gezählt. Äh, nicht faul, sondern... Als Tor. Das gibt's nicht. Wieder abfischen. Keiner da gewissen. Ja. Oh. Den habe ich gewusst, dass sich der nicht rausgehen kann. War knapp, aber... Der ist schnell. So. Aber trotzdem war der Winkel schon spitz, weil er den erwischt hat. Na, für ein Eckball jetzt vielleicht noch greift. Ja. 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 Da war ganz schlecht. Ja. Ja. Ich habe auch einen geringen. Spiel ihm! Oh, schade. Er ist ein gutes Hin und Her, aber. Oh, das gibt's ja nicht so ein Noodle-Toe, Alter. Hat's ja was, Alter. Alter. Ich will ihn auch nehmen, Alter. Hau ihm aus, Setti, den Ball, Alter. Sad Lock. Oh, ganz schlecht. Das war's. Oh. Oh. Oops. Oh. Das gibt's ja nicht. Schon wieder Schobelsberger, Alter. Ich glaub, du hast die ganzen Attribute vom Schobelsberger abgeküppelt. Ähnlich, ja. Denk ich mir. Ja, man muss sein Spieler einfach charakterlich stark machen. Sehr stark. Ich hab bisschen mehr defensiv, Mann. Hast du Schobel? Ja, 2 zu 0. Alter. Und 3 zu 0. Das gibt's ja echt nicht, Alter. Jemals. 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 Fien Burgerson Wahnsinn 5-0 Boguski Ja, Pogunstettin In dieser zweiten Halbzeit Gar nicht gut jetzt gestartet Oh, war wir jetzt Konter Schön, ja, ja, ja Ja, richtig, ja Bleib liegen, ja Bleib liegen, bleib liegen, oder Ja 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 Oh, da geht es vielleicht in Zweikampf. Wie eine Schülermannschaft, wie eine Schülermannschaft. Das ist schon ein ordentliches Ergebnis. Das gibt es ja echt nicht, Leute. Ja, immer Spieler des Tages. Wie wir jetzt vom Feld gehen, wird mal ein bisschen was noch anders testen. Ja, Pogon steht in der Krise. Da Maleky, der neue Mann jetzt. Gibt es ein Debüt heute? Alter, was war das für eine Weitergabe? Ich glaube, ich wollte jetzt alle aus dem Kader fliegen. Alle. Na, geschleicht dich, Hörer. Na komm, das geht noch. Gleich vom Freistoß. Das geht noch mal. Das geht noch mal. Das geht noch mal. Alter. ravher. Da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Das war's und auf Wiederschauen. Das war's auch schon wieder. Wir sehen uns beim nächsten Match. Bis dann und dann. Ciao. Ciao.